Ich hab Geburtstag! Alles Gute, Schätzchen! Dad? Alles Gute! Mom? Ein Händchen! Das ist alles, was ich wollte! Wir freuen uns so! Wag es ja nicht! Zu viel Rauch! Was willst du? Raus aus meinem Haus! Halt die Klappe! Tierschutz? Komm sofort! Wer ist mein Kunde? Bist du es? Komm hier! Mom! Relax! Oh, hi meine Schöne! Ich liebe dich! Gemeiner Hund! Sehr schön gemacht, Muffin! Ich räume es auf! Kiss deinen Hund zum Abschied! Nein! Bye! Wo willst du denn hin? Warte! Ich hab's geschafft! Hier, Schätzchen! Bist du okay? Schatz! Ich liebe dich! Mein Schatz! Äh! Dad! Das ist mit Mom! Stimmt! Hier, bitte! Was? Essen! Essen! Das ist für dich! Und was ist mit mir? Essen! Essen! Also gut! Wo sind deine Cornflakes? Leer! Na schön! Ich hab' etwas! Nahrhaftes Essen! Mit Milch! Guten Appetit! Los, iss! Ihhh! Was ist das für ein Geruch? Dad! Lass uns das Essen tauschen! Bitte! Klar, Schätzchen! Hier! Danke, Dad! Ist das widerlich! Ups! Ich muss nur noch Salz hinzufügen! Schon besser! Lecker! Du bist eine tolle Köchin! Und hier ist mein Frühstück! Mh! Perfekt! Ja, um alles in der Welt ist das! Komm schon! Aufmachen! Gut, ich komme! Hey, ich wollte... Bye! Endlich ist es still! Was ist? Möchtest du ein paar Haushaltsartikel kaufen? Ich hab' jede Menge Sachen! Mom? Das ist unser Verkaufsschlager! Ein Grill! Das Kind liebt ihn! Wenn du einen Grill kaufst, bekommst du einen Ball umsonst! Hier ist unser neues Produkt! Ein extra Turbosauger! Lass das! Probieren wir es aus! Er ist super stark! Probier du es aus! Wow! Unglaublich! Schätzchen! Auf was hast du Lust? Mom, lies mir eine Geschichte vor! Na klar! Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit ein hübsches Mädchen, das bei ihrer bösen Stiefmarm lebte! Was soll das heißen? Du solltest gehen! Nein, nein, nein! Was hast du getan? Bleib ruhig! Der Staubsauger ist eigentlich ziemlich toll! Ich bin fertig mit Putzen! Schätzchen! Wir machen ein Picknick! Beeil dich! Was ist mit meiner Jacke los? Was ist mit meiner Jacke los? Böser Hund! Böse! Das wirst du mir büßen! Viel Spaß beim Schwimmen! Muffin! Muffin! Hat jemand meinen Hund gesehen? Nö! Komm hier! Mein Hund! Hey! Wisst ihr, wo mein Hund hin ist? Bitte kommentiert unten! Ist das dein Hund? Muffin! Pass nächstes Mal besser auf! Bye! Muffin taucht bestimmt irgendwann wieder auf! Da ist er! Muffin, du bist da! Ein Klempner! Gutes Timing! Unsere Toilette ist verstopft! Tausend Dank! Du bist der Beste! Bye! Au! Das Wetter ist einfach toll! Ja, es blendet so! Dad! Hast du Lust, Füßball zu spielen? Klar! Hey, warte! Dad, pass auf! Ich hab nicht aufgepasst! Ich hab's trotzdem geschafft! Pass auf! Gefangen! Du bist so schnell! Du bist dran! Dad! Gefangen! Mir geht's gut! Fang! Meine Füßbyscheibe! Na, Schätzchen? Wirfst du nun oder nicht? Füßbyscheibe? Hier! Oh nein, nein, nein! Schatz! Ich hol dich raus! Da gehört sie auch hin! Du! Mom, lauf! Mein Muffin! Du bist so süß! Willst du das anprobieren? Das steht dir super! Was machst du hier? Wieso? Ich hab etwas Besonderes für deinen Hund! Wow, Wahnsinn! Es gibt noch mehr! Hier ist das wichtigste Accessoire, um den Anzug zu vervollständigen! Wow! Drei, zwei, eins! Lift off of Space Shuttle Atlantis! Houston, now controlling Atlantis begins! Als Präsident verleihe ich Muffin dem Hund die NASA-Gedenkmedaille für Leistungen in der Raumfahrt! Ja, Muffin! Oh, wer ist das? Ein Päckchen für deine Tochter! Unterschreibe hier! Hey! Überraschung! Muffin ist wieder da! Mein Hündchen! Ich hab dich so vermisst! Du bist es! Wie auch immer! Express-Lieferung! Hey! Liefere mein Paket aus! Es ist ein Notfall! Beeil dich! Bye! Schön! Sitz! Komm schon, Muffin! Sitz! Das bringt nichts! Ich brauch jemanden, der es gut kann! Hey! Hundetrainer! Komm sofort! Hi! Ich bin dein Hundetrainer! Oh, fang an! Willkommen! Hier ist unser Muffin! Oh, Hündchen, du bist so süß! Sitz! Gut gemacht! Mach Platz! Guter Junge! Probier noch ein Kommando aus! Gipfötchen! Sehr gut! Er ist so schlau! Sehr schön, Muffin! Hm, das ist faszinierend! Du! Gipfötchen! Hör zu! Sitz! Guter Junge! Gipfötchen! Gipfötchen! Sehr schön! Mach Platz! Sehr gut! Gipfötchen! Hol den Ball! Gipfötchen! 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 Sehr gut! Gut gemacht! Du hast dir ein Leckerli verdient! Das war's! Wir sind fertig mit dem Training! Ein Ball? Ein Ball? Woher kommt dieser Geruch? In deinem Haus wurde ein Virus entdeckt! Was ist hier los? Ich wusste es! Was meinst du? Du musst das Haus abriegeln! Nein, lass mich raus! Was glaubst du, wer du bist? Das beste Antivirus-Mitte ist Knoblauch! Verdammt! Verschone mich! Viel Spaß mit deinen Allergien! Hey Schätzchen! Wer bist du? Ich bin's! Mom! Schatz, ich bin wieder da! Hä? Warum bist du in eine Knoblauchkapsel gestiegen? Ich werd mich rächen! Oh, was ist das? Es kitzelt! Was ist das? Hilfe! Ich muss los! Wo ist mein Snack? Wer hat ihn genommen? Du warst es! Du gehst nicht weg! Schnapp ihn dir! Ich kann das nicht mit ansehen! Hm? Lecker! Ich liebe dich, meine Königin! Oh, das Essen ist vorbei! Wie geht's dir? Hm? Eine Hunde-Hochzeit? Das war aber nicht abgemacht! Das Date ist vorbei! Na, das nervt langsam! Darf ich ein Foto von dir machen? Hey! Was machst du da? Du siehst toll aus! Ich bin ein großer Fan von Vampiren! Darf ich ein Autogramm von dir haben? Äh, klar! Ich bin sehr beliebt! Komm, ich zeig dir alles! Das ist mein Mann! Er ist ein Schatz! Tja, hier ist mein Lieblingsessen! Das ist das frühere Leben meines Mannes! Oh! Ist das ein Zauberbuch? Oh, ich hab eine Idee! Ich frag mich, ob es stimmt! Können sich Vampire in eine Fledermaus verwandeln? Easy! Teil! Ich hab dich, Hauszerstörerin! Ich hab einen neuen Kunden für dich! Du kleiner Blutsauger! Überlass das mir! Danke! Schatz! Wo bin ich? Dad! Oh, meine Tochter! Oh, mein Hund! Oh, meine Familie! Wer ist das? Komm her! Mh, köstlich! Gut! Ich probier's mit einer anderen Familie! Wer ist das? Die Party ist vorbei! Lass das! Was? Bye! Meine Luftballons! Was fällt dir ein, unsere Party zu ruinieren? Ich bin verknallt! Halt sie über Kopf! Klar bist du das! Ich bin deine neue Mom, Kleine! Ein Frühstück! Ist! Ein Löffelchen für dich! Und für mich! Riech gut! Ich muss die Pfütze auffischen! Das sollte reichen! Was hast du getan? Du hast ihn ruiniert! Guten Morgen! Wer hat den Bären ruiniert? Sieh was! Schmeiß mich nicht vor den Bus-Lübnerin! Ihr Lieben! Kommentiert unten, wer das getan hat! Mach auf! Was ist? Heute ist mein Tag! Süß! Aber das ist mir egal! Mom! Endlich! Kleiner! Ich hab dich so vermisst! Ist sie da? Der Bösewicht hat meinen Bären ruiniert! Das wird dir noch leid tun! Wir werden dir einen neuen Teddy besorgen! Umarmungen? Ich weiß! Ich werde die Uhr verstellen! Damit dieser blöde Mom-Tag schnell vorbei ist! Super! Ich kann den Stiefmutter-Tag kaum erwarten! Es wird Zeit, dass die Mom das Haus verlässt! Aber ich bin doch gerade erst gekommen! Wie gemein ist das denn? Officer! Komm sofort! Mein Kind ist in Gefahr! Was ist denn hier los? Wo ist das Kind? Falsche Tür! Ich würde gerne deine Marke sehen! Mom! Schätzchen! Dir wird nichts passieren! Meine Polizei Marke! Reines Silber! Hm! Das ist eine lustige Reaktion! Ich muss mich hier umsehen! Ich werde dich immer beschützen! Du hättest nicht damit anfangen sollen! Oh nein! So weit, so gut! Schönes Haus! Was? Endlich habe ich ein schönes Mittagessen! Nein! Sieh nicht hin! Es brennt! Ich muss das Abzeichen loswerden! Das geht nicht! Ich habe darauf geschworen! Ich bleibe ein Officer, egal was passiert! Ah! Ah! Hast du das gesehen? Was? Hey Schatz! Aber ich bin doch deine Frau! Ich glaube, da brennt etwas! Ist doch egal! Du bist meine Traumfrau! Ich mache das Abendessen! So süß! Bist du immer noch da? Bye Mom! Ich komme gleich wieder, Schatz! Du bist wunderschön! Ah! Ekelhaft! Ich fühle mich nicht gut! Oh nein! Bist du krank? Ich muss deine Temperatur messen! Wo war ich? Heißer Tee wird mich retten! Ich will die Temperatur sehen! Wer hat deinen Krankenmann gerufen? Vereil dich, Doc! Schätzchen! Der Doktor ist da! Was ist das für ein Geruch? Frisches Blut! Doc! Ich helfe dir! Du gehst rein! Cool! Ich habe Hunger! Hey Schätzchen! Ich bin's! Mom! Ich kümmere mich darum! Du bist ganz blass! Wir sollten deine Temperatur messen! Nur eine Spritze kann dich heilen! Ganz ruhig! Es wird nicht wehtun! So! Wie kann ich sicher sein, dass du eine Ärztin bist? Ich bin Ärztin! Sag A! Hab dich! Wir sind noch nicht fertig! Du bekommst deinen Knoblauch-Extrakt-Einlauf verschrieben! Mom, nie! Mom, nie! Laufen ist anstrengend! Bleib wo du bist! Du kannst der Justiz sowieso nicht entkommen! Ups! Mein Fehler! Ups! Das wollte ich nicht! Du warst es also! Hau ab! Ich bin gleich wieder da! Ich muss die Medaille in die Hände bekommen! Es geht um Leben und Tod! Aber nicht Gold! Zweiter Platz und eine Silbermedaille! Perfekt! Ich bin zu Hause! Hey! Wie war dein Tag? Ich habe eine Überraschung für dich! Ich liebe Überraschungen! Da! Es hat geklappt! Es brennt! Oh nein! Es brennt! Es brennt! Tu etwas! 9-1-1! Was ist deine Überraschung? Ganz ruhig! Ich bin hier, um zu helfen! Hier kommt eine erfrischende Knoblauchdusche! Kräuter! 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 Gibt es kein Wasser mehr? So unprofessionell! Kräuter! Ich komme wieder! Was willst du hier? Hey, klingelt es nicht bei dir? Wir waren als Kinder immer eng befreundet! Ich bin's. Deine Cousine fünften Grades. Ah, Cousine. Willkommen. Hau rein. Du hast sicher eine lange Reise hinter dir. Wie nett von dir. Hast du eine eigene Gruft? Küstlich. Tausend Dank. Puh, ich bin müde. Klar, ich zeig dir das Gästezimmer. Wer ist das? Hey Schätzchen, ich bin's. Erkennst du mich nicht? Du verschwendest Zeit. Komm, das ist mein Mann. Ich werde euch später vorstellen. Je später, desto besser. Sieht so aus, als wäre die Schminke noch dran. Sie hat ein Spiegelbild? Aha. Cousine, Ich hab ein gemütliches Plätzchen für dich. Ein Bett für den allerliebsten Gast. Ich bin nicht mehr müde. Träum süß. Bye. Du bist so romantisch. Dank dir, mein Schatz. Dad. Ich kann nicht. Nein. Dad ist ein ganz anderer Mensch. Sie ist schuld. Ich werde nicht aufgeben. Das bedeutet Krieg. Ich werde ein riesiges Chaos anrichten. Ups. Oh Mann. Was ist passiert? Es fühlt sich an, als hätte es einen Orkan gegeben. Wenn meine Frau das sieht. Keine Spiegel mehr. Das ist unverzeihlich. Hey, ist da der Reinigungs-Service? Das ging aber schnell. Hey, auf Smartphones leben so viele Bazzillen. Das wird eine Weile dauern. Ich hab alles im Griff. Du kannst gehen. Schnapp frische Luft. Äh, danke. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Als erstes werd ich das Zeug los, das diesem fiesen Vampir gehört. Ich füge Knoblauchwasser hinzu, um eine Anti-Vampir-Stimmung zu erzeugen. Ich brauch mehr Licht. Wir waren mal eine tolle Familie. Ich hoffe, das lässt sich noch ändern. Konzentrier dich. Zeit für die Küche. Goldene Gabeln? Schrott. Ich tausche sie gegen Silberbesteck aus. Schnell weg hier. Wie kann man das essen? Die Tür geht nicht auf. Pass auf. Nasser Boden. Was machst du da? Putzen. Was ist das für ein ekliger Geruch? Knoblauch. Ich hasse Knoblauch. Ein lufterfrischer. Moment. Es ist auch Knoblauch. Was ist mit meinem Bett los? Was ist das? Das sind meine Sachen? Sehr witzig. Bye. Schatz, wir sind spät dran. Danke. Glückwunsch. Ich bin dein neuer Babysitter. Ich werde heute auf dich aufpassen. Pass auf dich auf. Bye, Schätzchen. Wir werden einen Modspaß haben. Warte. Ich habe eine Überraschung für dich. Schätzchen. Wo bist du? Willst du Verstecken spielen? Sag schon. Da bist du ja. Komisch. Sie ist nicht hier. Oh. Du steckst in Schwierigkeiten. Ich bin's. Mom. Das ist ja toll. Mom ist wieder da. Oh nein, sie sind zurück. Was? Meine Perücke. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber ich habe ein Buch mit Zaubersprüchen gefunden. Das kann warten. Ich brauche die Perücke. Der Knoten ist zu stark. Deine Perücke. Was ist denn hier los? Wir haben eine Tee-Party. Das macht Spaß. Deine Bezahlung. Ich öffne immer gerne. Bye. Ich muss dieses Buch öffnen. Nicht öffnen? Na gut. Nicht öffnen. Eine letzte Warnung? Ich bin süchtig. Jetzt schließen? Oh je. Okay. Du kannst es öffnen. Aber den Like-Button drücken und auf die Glocke klicken? Ihr Lieben, liked und abonniert, damit ich das Buch öffnen kann. Es passiert nichts. Ja, ich bin wieder da. Das Buch ist Schrott. Was hat er gesagt? Hat dein Vampir deine Familie ruiniert? Ja, sie hat deinem Kind immer wieder wehgetan. Ja, genau. Hat dein Stilwechsel nicht geholfen? Äh, ja, genau. Ich kümmere mich darum. Wähle diese Nummer und unsere Vampirjäger werden dir helfen. Okay, ich wähle die Nummer. Mach schon. Das ist sie. Verstehe. Was? Du bist wieder da? Ich bin nicht allein. Cheese! Ist das dein Ernst? Du hast keine Chance vom Hellsing. Bye, bye. Ich hab dich. Ja, wir haben es geschafft. Gutes Mädchen. Ich hab gewonnen. Was ist hier los? Du bist schuld. Oh nein. Von Hesigos. Disappear in tools. Hä? Wo ist der hängen? Na, warte. Wir sollten den Bann brechen. Mein Kopf. Geht's dir gut? Schätzchen. Schatz. Was ist mit mir passiert? Ich habe Hunger. Hey, siehst du die Armbrust da drüben? Nö. Ich würde lieber gehen. Lass mich gehen. Ein Spielplatz? Oh, gerade noch rechtzeitig. Ich bin am Verhungern. Kann ich etwas Wasser haben? Klar, ich hol dir welches. Wer hat Lust, mit meinen Fischen zu spielen? Sind das Piranhas? Ah. Hey, du. Du kommst mit mir. Oh nein. Was? Ups. Warte. Wednesday wurde von einem Vampir entführt. Ich hab mich verirrt. Ich muss die Polizei rufen. Officer Dobby. Ein Vampir hat gerade ein Kind auf einem Spielplatz entführt. Die Polizei ist da. Warum schreist du? Ich bin's doch. Ich dachte, es wäre ein Verbrecher. Wir müssen los, bevor die Spur kalt wird. Es war ein schreckliches Monster. Mit Däbbelzahn-Tigerzähnen. Und riesigen Pfoten, die das arme Mädchen griffen. Und sieht es so aus? Mama Mia. Dummkopf. Hey, das ist der bestimmt nicht. Ups. Keiner ist hinter mir her? Puh. Home sweet home. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Großartig. Oh, das Kind. Stimmt. Komm schon. Raus da. Was? Huggy? Was ist denn los? Suchst du zufällig nach mir? Was für ein süßes Baby. Buh, buh, buh. Hörst mit dem Essen zu spielen. Jetzt bist du meine Gefangene. Hey, warum geht sie nicht zu? Klemmt die Tür etwa? Hä? Oh, tut mir leid, Huggy. Ich mach das wieder gut. Das ist deine Schuld. Du bleibst hier, bis ich entscheide, dass du gehen darfst. Tada. Ich bin ein Superhirn. Hey, Superhirn. Ah. Au. Au. Oh, lass uns alle Details ansehen. Würdest du das lassen? Rutsch rüber. Halt das mal. Aus dem Weg. Weg da. Ah. Ups. Du bist der schlechteste Komplize. Ah. Okay. Es ist Essenszeit. Wo ist mein frisches Blut? Dreh dich um. Hä? Oh, nein. Meine kostbaren Zähne. Oh. Hi, kleiner Vampir. Wart's nur ab. Wo sind wir denn hier gelandet? Wow. Ich hab sie gefunden. Hör auf damit. Wir müssen das Mädchen finden. Oh, ich hab eine Pizza gefunden. Komm nicht auf dumme Gedanken. Isst die nicht. Ich hab noch nichts zum Mittag gegessen. Gib mir die Pizza. Ich gebe nicht auf. Meine Pizza. Wehe, du beißt ab. Lass sie fallen. Die Pizza gehört mir. Sie gehörte dir. Okay. Du hast es so gewollt. Halt die mal. Autsch. Mein Knie. Komm schon. Es wird dir noch leid tun, dass du mir in die Quere gekommen bist. Au. Hey, wach auf. Bist du okay? Er wird schon wieder aufwachen. Übrigens, wir suchen nach Wednesday. Hast du sie gesehen? Nein. Schade. Danke, Doktor. Meine süßen neuen Zähne. Sekunde. Das sind Traumzähne. Die will ich auch haben. Genial. Oh. Pass auf, wo du hintrittst. Warte. Das ist verdächtig. Was ist denn los? Hast du diesen Verbrecher gesehen? Nö. Geh weg. Stör nicht die Polizeiarbeit. Oh nein. Das ist sie. Und? Geh weiter. Oh, mein Schatz. Es ist Zeit für eine Adoption. Adoption? Sekunde. Das habe ich ganz vergessen. Puh, das war knapp. Was? Wo ist das Essen? Essen. 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 Psst. Hier ist die Speisekarte. Wednesday zum Frühstück, Mittag und Abendessen. Ups, falsche Karte. Hm. Was für ein Snack. Hier ist es. Mein Lieblingsgericht. Blut. Ist das Blut? Nein. Du willst es nicht? Okay. Hi. Kann ich etwas bestellen? Ich möchte Mittagessen für ein böses, kleines Mädchen bestellen. Äh. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo ist meine Bestellung? Danke. Ich habe keine Ahnung, wie man das essen kann. Eklig. Und wo ist dein Essen? Hm. Gute Frage. Möchtest du Soße? Nein, danke. Ich habe alles. Wo ist das Walross? Hilfe. Wednesday. Das ist sie. Ah. Keiner wird dich retten. Wir müssen ihr helfen. Das glaube ich nicht. Weg da. Er gehört mir. Du. Sei ruhig, Eierkopf. Ja. Sehr schön gemacht, Partner. Du hast uns sehr geholfen. Oh, das behalte ich. Wow. Schöner Schnurrbart. Er ist mein kostbarer Schatz. Bind mich los. Und ich werde ihn mit dir teilen. Okay. Das Essen ist fertig. Ein letzter Schritt noch. Ich muss so schnell wie möglich meinen Atem auffrischen. Jetzt kann ich weitermachen. Oh. Sie ist so süß, wenn sie schläft. Träum süß, Kleine. Was? Reiß dich zusammen. Ein Biff. Hey, wo ist das Essen? Das Mädchen ist einfach verschwunden. Danke für deine Hilfe. Das ist das beste Schnurrbart Wachs. Ich habe das Rezept erfunden. So cool. Äh, nimm es zurück. Und? Hast du den Verbrecher gesehen? Was? Nein. Nee. Was ist mit diesem Mädchen? Oh. Es ist Wednesday. Nee. Haben wir nicht. Lass uns gehen. Bye. Eggman. Der von uns beiden ist jetzt der Chef. Sorry. Du hast dein Seil vergessen. Oh. Ich habe überreagiert. Oh ja. Hi. Willkommen in der Klasse. Sing. Was ist zwei plus zwei? Vier. Richtig. Sehr schön. Puh. Angeber. Vampir. Du bist dran. Wie lautet die Antwort auf diese Frage? Keine Ahnung. Eins? Haha. Nein. Nein, bitte nicht. Nein. Help. Ich liebe die Schule. Hast du dieses Mädchen gesehen? Nein? Oh, dieser Film ist so spannend. Hey. Sei ruhig. Sorry. Schrei mich nicht an. Was ist mit Wednesday? Hey, das ist mein Popcorn. Könnt ihr bitte leise sein? Oh. Ich bin von der Polizei. Und was ist das? Wen kümmert's? Wow. Gut gemacht, Partner. Du hast sie gefunden. Äh, ja. Ich bin ein Profi. Oh nein. Das sind ja fabelhafte Spezialeffekte. 3000 Seel. Beide ich. Lass uns zum Portal gehen. Äh, das war ich nicht. Was ist hier passiert? Weg da. Hi. Ich hab den Kidnapper gefunden. Wednesday. Geht's dir gut? Bitte. Leg mir Handschellen an. Ich bin bereit, hinter Gitter zu gehen. Holt mich hier raus. Ich bin's. Seht ihr? Ich wusste immer, dass du es bist. Hey, Partner. Kannst du auf sie aufpassen? Bitte. Okay. Wach auf, Schatz. Es ist Zeit, dass wir unser Kind wählen. Mädels, sucht euch eure Eltern aus. Die Vampire, Spider-Man oder die Long Legs. Oh, unsere Baby-Fledermaus. Die hier. Komm zu uns, kleiner Spidey. Die hier. Komm her, Puppe. Die Vampire. Willkommen in der Familie. Schneid euch an. Ab jetzt sind wir eine Vampir-Familie. Lasst uns fliegen. Lasst uns fliegen. Oh, ein Familientreffen ist immer bewegend. Bye, bye. Das war's. Sie haben keine Kinder mehr. Sie haben sie alle adaptiert. Bye. Und was ist mit mir? Das ist unser Kind. Das ist unser Kind. Nein, sie ist unser Kind. Sie ist unsere Tochter. Such dir deine zukünftige Familie aus. Vicky, komm zu uns. Auf keinen Fall. Kommentiert unten, zu welcher Familie ihr gehen würdet. Zu den Spiders oder den Longlegs? Oh, eine Münze. Ein Wurf wird alles lösen. Zu wem werde ich gehen? Zu den Spiders. Wir freuen uns. Komm her, Kleine. Wir können die schon ein Kind füttern. Viel Glück. Halt dich gut fest. Juhu. Das war's. Das ist unser Wohnzimmer. Wahnsinn. Ich find's toll. Unsere Familie ist endlich komplett. Oh. Deshalb springt man nicht auf eine Couch. Okay. Oh. Darf ich malen? Warte, warte. Wir nehmen alle wichtigen Sachen weg. Langweilig. Darf ich mir wenigstens ein Trickfilm auf meinem Smartphone ansehen? Nein. Warum? Das ist doch sicher. Das ist schlecht für deine Augen. Wenn ich es mir recht überlege, wenn dieses Video 50.000 Likes bekommt, lassen wir dich vielleicht einen Zeichentrickfilm anschauen. Ihr Lieben, ihr müsst mir helfen. Ich will einen Zeichentrickfilm sehen. Lass bitte 50.000 Likes da. Bitte. Oh. Na, du süße kleine Spinne. Ah. Eine Spinne. Wir müssen so schnell wie möglich den Kammerjäger rufen. Hallo. Könntest du jetzt sofort kommen? Hey. Die Kammerjäger sind da. Da ist sie. Eine riesige Spinne. Sie ist so groß wie ich. Bleibt cool. Unser Gift wird den Job erledigen. Lasst uns ins Wohnzimmer gehen. Ich zeige euch alles. Geht schon mal.